Ihr habt es ermöglicht, dass ich überhaupt so ein Video machen kann und es ist einfach so cool. Jo, hi Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem Kanal und wie ihr es im Titel selbst lesen könnt, geht es heute um mein Abo-Treffen und zwar um mein 500 Abo-Treffen und ich bin so gehypt drauf, weil ich jetzt so lange drauf gewartet habe und so oft angekündigt habe und mich so drauf gefreut habe, dass ich es endlich mal anpreisen kann, dass wir kurz vor der 500 stehen und da ich gerne ein bisschen vorausplane, will ich das jetzt schon ankündigen, dass ihr genug Zeit habt, um euch darauf vorzubereiten, um auch wirklich am Abo-Treffen teilnehmen zu können. Und zwar, wie ich es euch jetzt hier schon vorwegnehme, habe ich mich für Mannheim entschieden oder beziehungsweise ihr habt euch für Mannheim entschieden, weil in meinem Entscheidungsvideo habe ich mehrere Optionen für Auswahl gegeben und ihr habt euch wirklich für Mannheim entschieden, also die Mehrheit und der Umkreis, die sich für andere entschieden haben, die wohnen jetzt auch nicht so weit von Mannheim entfernt, von daher ist das alles easy. Wie wollen wir das jetzt machen? Auf jeden Fall am Sonntag, am 4. November, notiert euch dieses Datum, Sonntag, 4. November um 14 Uhr treffen wir uns in Mannheim beim Louis, also wie gesagt, was Geileres gibt es eigentlich gar nicht. Wir sind ja alle Motorradfahrer und Louis kennt eh jeder, von daher easy GG. Wir haben einen geilen Parkplatz davor, Sonntag geben wir niemanden auf die Eier und wir können uns hier einfach vor dem Louis treffen. Ja, wie geil ist das denn? Leider hat der Imbiss dann nicht offen, Sonntag halt, ne? Auf jeden Fall können wir uns hier ein bisschen hinschillen, so ein, zwei Stunden bleiben und dann können wir uns natürlich auch auf den Weg machen und ein bisschen rumfahren. Und ja, ich bin total gehypt, euch mal wirklich in Real Life kennenzulernen und die Leute kennenzulernen, die meine Videos gucken und feiern. Total gehypt und ja, ich bin mal echt gespannt, wie viele Leute dann tatsächlich auftauchen werden. Wie gesagt, ich bin auch natürlich froh, wenn nur ein paar da sind, das ist eigentlich schon geisteskrankt, wenn man überlegt, dass wegen mir quasi Leute herkommen und mich treffen wollen. Das ist sau cool eigentlich. Und ja, ich bin mal wirklich, will die Leute sehen, die wirklich so verrückt sind und wegen mir da hinfahren werden. Das ist sau cool. Auf jeden Fall freue ich mich ultra auf euch. Ähm, notiert euch diesen Termin. Pasterfeldstraße 64 und in Mannheim 68199 Mannheim am Sonntag, der 4. November um 14 Uhr beim Louis auf dem Parkplatz. Also genau davor. Also ich werde da parken, ihr werdet es sehen. Und ich gehe nochmal sicher, heute ist der 25. Oktober. Und wir machen dann einfach am Sonntag, den 4. November, unser Hefen. Also Leute, ich bin ultra gehypt, euch dort zu sehen, weil ihr habt es wirklich entschieden. Ihr habt es ermöglicht, dass ich überhaupt so ein Video machen kann. Und es ist einfach so cool. Ich bin mal echt gespannt, wie das dann nächstes Saison wird, weil ja, wie das sich halt entwickelt. Das ist halt krass. Und ich sehe es ja jeden Tag, jeden Tag kommen neue Leute dazu. Und es ist total spannend, euch dann mal wirklich in real zu sehen. Also nicht nur eine Zahl von mir, sondern euch mal in echt zu sehen. Das ist, boah, geil. Kann ich mir immer noch nicht vorstellen. Auf jeden Fall bin ich gespannt auf den Moment, wenn ich den ersten Abonnenten dann mal sehen werde. Und ja, auf jeden Fall Leute, ich freue mich wirklich auf euch. Macht gechillt, wenn ihr da hinfahrt. Ihr braucht jetzt nicht rassen. Passt auf euch auf. Guckt immer für die anderen mit. Und bis dahin sage ich Leute, Sonntag, 4. November, 14 Uhr beim Louis. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. 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 Bis dahin.